So lieber Derkleb, ich nehme die Herausforderung natürlich an, die Challenge. Ich mache aber einen richtigen Eimer, nicht so viele Falle, kleine Eimerchen oder sowas. Ich stelle es mal, das sind gut 20 Schritte oder 30 vielleicht. Und ich nominiere den Pascal Eckert, mein Lieblingssohn, die Gabi Hüben, du hast gesagt, du machst das, und die Sabrina. Sabina. So, jetzt passt voll. Ein bisschen. Das ist ja auch schön, dass es regnet. Ich habe mir fast gedacht, dass das nicht geht. Alles geht. Alles geht. Ach, erfrischend. So, Ende? Ja. Ja.